Wir wünschen euch morgen einen frohen zweiten Advent. Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute unterwegs auf der 12. Etappe des Saarland-Rundwanderwegs. Start ist Bruchhof und Ziel ist Kirgel. Wenn ihr wissen wollt, wie die etwa 22 Kilometer lange Tour so ist, dann kommt mit. Eike Moje, heute sind wir den ganzen Tag im Saar-Pfalz-Kreis unterwegs. Guten Morgen. Schilder Zitzen Das war's für heute. Sollte Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Noch etwa 1,5 Kilometer, dann sind wir auch schon wieder am Ziel. Die Tour hat uns wieder richtig gut gefallen, vor allem wegen der Klosterruine Wörschweiler und dem Felsmassiv im Kierklerwald. Wenn euch dieses Video auch gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen hoch sowie über Kommentare sehr freuen. Also, bis dann. Tschau, tschau. Alle hier machen's gut! Tschau! Noch etwa 1,5 Kilometer, dann sind wir auch schon wieder am Ziel. Die Tour hat uns wieder richtig gut gefallen. Die Tour hat uns wieder richtig gut gefallen. Es war alles dabei. Schmale Pfade, breite Wege, eine Klosterruine und... 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 Welche... Wie ist das? Nicht gigantisch... Noch etwa... Noch etwa 1,5 Kilometer, dann sind wir auch schon wieder am Ziel. Die Tour hat uns wieder richtig gut gefallen. Vor allem wegen dem... Ach... Vor allem wegen dem... Ach... Vielen Dank.